Untertitelung des ZDF, 2020 Guten Morgen, Leute! Oh, der Bürgermeister vom Basislager. Setz dich mal, da klimatisier dich. Menschen sind schlichtweg nicht dafür geschaffen, mit der Reiseflughöhe einer 747 zu funktionieren. Unsere Körper würden buchstäblich sterben. Die Frage ist also, kriegen wir euch rauf und wieder runter, bevor das passiert? Festhalten! Das ist Leiden, Mann. Noch ein paar Tage und den Rest deines Lebens bist du der Mann, der auf dem Everest war. Ja, los. Robert, da ich kann. Robert, wo bist du? Ich bin oben am Gipfel, Herr. Robert, jetzt geh schon ran. Ziehen Wolken aus dem Tal hoch, sieht übel aus. Oh, nein. Da oben sitzen Leute fest und der Sturm wird schlimmer. Wir haben ein Problem. Die Flaschen sind leer ab. Geh nur. Ich lasse dich nicht zurück. Komm! Ich will nicht sterben. Hörst du mich, Roppen? Du musst dich verwegen. Wenn es jemand schaffen kann. Dann du. Ich liebe dich. Ich liebe dich.